Um welches KFZ handelt es sich bei diesem Auspuffsound? Ist es A, ein Audi A8 V10 mit modernen Auspuffklappen? Oder B, ein Porsche 911 aus dem Baujahr 2008? Ist es C, ein Fiat Panda, komplett ohne Auspuff mit einer Straightpipe? Oder ist es Antwortmöglichkeit D, ein Mercedes-AMG C63? A, ein Mercedes-AMG C63?